Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry Primal. Na gut, schauen wir uns mal hier gerade um. Da unten gibt es wieder Stress. Was sind unsere? Da war ja noch irgendwas. Das könnten eventuell wilde Tiere sein. Ja, wir könnten Mammuts jagen. Ich glaube, das ist keine so sinnvolle Idee. Nicht bei unseren aktuellen Fähigkeiten. So, sehr schön. Wo kommen wir jetzt hin? Ah ne, kommt automatisch. Cool. Oh, ich glaube, ihr kriegt das einigermaßen gebacken hier. Doch, ganz gut hier mit dabei. Ich glaube, wir brauchen irgendwie Südholz oder so. Wahrscheinlich kommt das halt auch nur in bestimmten Regionen vor. Schade. Okay, da unten ist interessanterweise wenig los. Aber gut, würde schon passen. Ja, ich glaube, die lassen wir tatsächlich mal unten ihr Zeug erledigen. Ähm. Okay. Dann schauen wir mal. Ach, wir können hier wahrscheinlich hoch. So, wie das aussieht. Das will ich dir auch geraten haben. Hallo. So, ein Mal. Hey, unser erster Braunleer. Zumindest sieht's so aus. Sehr schön. Hm? Stopp, wir uns mal. Das Leuchtfeuer hier. Okay. 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 So, vielleicht dazu. Mit dem letzten Fall. Das haben wir eigentlich schon Viehzeug. Kein Tier scheint sich für den Köter zu interessieren. Schade. So. Okay, dann... Okay, dann... Äh, wird er verklickt? Hm. Okay. Das reicht auch schon. Ja, Eulikun, ich glaube, ich kann mich mal wieder öfter nutzen. Mhm. Ja, aber cool, cool. 27. Ah, da können wir, glaube ich, irgendwelche Upgrades jetzt schon machen, ne? Okay. Okay. Haben wir nicht Nordseed auch wieder für irgendwas gebraucht? Das ganze Hartholz. Ja, und der Rest ist jetzt nicht so unglaublich hilfreich. Naja, besser als nix. Sehr schön. Geh mal weg. Ich müsste da nochmal raus. Ja, komm. Hm. Naja, geht doch. Ähm. Das ist so nicht hilfreich. Also mit den Tür hingegen haben sie wohl noch nicht so ganz, äh, bedacht, habe ich den Eindruck. Ah, ich... Moment, ich kann sie ja wegschicken. Gut, die haben wir soweit. Aber das im Lager machen wir halt, wenn wir da sind. Zuerst, ich habe jetzt ja hier einen Schnellreisepunkt. Ja, andererseits... Hm. Du bist ein bisschen näher, ne? Lass uns das vielleicht mal angehen. Ähm, Höhlen... Löwe können wir uns glaube ich noch nicht schnappen. Aber wir haben aber zwei Fähigkeitspunkte. Hm. Würde ich aber glaube ich gerne lieber hier rauf. Oder? Hm. Ja, Eule. Ähm... Schiefer brauchen wir, Schilf brauchen wir noch. Ah ja, Dachsfell. Ah, okay. Das ist einfach nur, dass wir dann Lohnung kriegen. Okay, gut. Das war's. Gut, hier haben wir den Fähigkeiten, warte ich tatsächlich noch eine Runde. Ich brauche euch noch Fleisch eigentlich, glaube ich ja nicht. Du bist ja auch wieder fit. Trennende Ziege. Ah ja, ich brauche dich. porque... Ich darf das nicht schluss auf. Das ist das, was ich hier Catie? Ich habe das nicht. Gehe, was anderes ist? Ich habe das nicht. Ich biniciones, das ich nicht mehr. Ich bin kein Maxwell und von der ist das Schlaufe. Ich bin kein Jungs, der ist nichts mehr. Ich bin kein Jungs mehr gesagt, der ist ein Tor. Klaue dem noch meinen XP. Die haben jetzt glaube ich nicht so unglaubliche Lust auf Feuer, ne? Na, ich weiß, ob das sinnvoll ist, jetzt hier rumzurennen, Kollege. Ah. Ich dachte, wir hätten da auch noch was mitnehmen können. Da. Gut gemacht. Ja, du bist das andere Vieh noch. Naja, soll mir recht sein. Na du? Gieß du ne Runde spazieren. Ja, das könnte wir theoretisch auch mitnehmen. Ähm. Okay. Ja. Und jede Menge anderes Viehzeug noch. Wildschweine. Wildschweine. Löwen. Ja, genau. Du kannst... Na ja, gar nicht so unglaublich viel... ...mitnehmen. Oder vertragen, meine ich. Ah, ich hab schon mal noch nicht so unglaublich viel Wildschweine gehäutet. Aber gut, lass uns mal hochgehen. Ja. 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 noch ein bisschen was wir gucken dass wir noch mal 14 okay einige knorren vorne dran war mir ist noch irgendwo ein blatt scheint aber entweder drin war um in der ecke zu sein du hast wald im harr sarkamas shit au getta du hast wald im samar see house have to widen what is salgadaicham magi schwach da mama faddy wukwati salgadaich ich has why that the du sieg wash Ja, die scheint da auch ihren Spaß dran zu haben. Gut, dann schauen wir mal. Geben wir uns doch mal auf die Suche. Ah, hier habe ich auch noch so eine Hand. Die scheint aber da oben zu sein. Na, die nehme ich aber gerne noch schnell mit. Wo wir schon mal da sind. Wo wir schon mal da sind. Ah ne, ist doch unterhalb. Okay. Wir sind ja gerade hier an der Ecke von der Höhle. Gehen wir uns doch erst in die Höhle rein. Dann setzen wir uns bei der nächsten Folge noch eine Runde. Bärenjagd gehen. Ah, okay. Hat sich gerade erledigt. Dann halt nicht. Okay. Dann haben wir noch eine Ziege unterwegs. Mhm. Wahrscheinlich. Aber man könnte ihn halt hier hinlocken. Und dann halt mit den Bienen ablenken. Das würde ja auch noch gehen. Da oben rennt irgendwas rum. Dann kommen. Ich kann sagen, dass du gerade ein bisschen Probleme hast. Obwohl, ich glaube, der Bildschwein kommt doch einigermaßen zurecht. Ja, du hast noch nicht mehr großartig Schaden genommen. Na? So, wo geht's denn hier weiter? Da jetzt sogar. Okay, ich glaube, mit den Drei-Koppen soll ich schon mal irgendwas reißen hier, ne? Mhm. So. Mehr Heilung. Wo haben wir dann sechs. Aber dann haben wir zumindest die Heilung voll, schätze ich. Na gut. Das soll's dann auch mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe ihr euch Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.